Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.4 ohne Gräben. Ja, wir sind am Ernten. Das geht doch hier jetzt nur... Oh. Ich hätte jetzt wetten können, dass das schief geht. Aber ein paar nicht. Ja, wir gucken mal. Das läuft ja automatisch, die Hopfenernte. Ich hoffe, dass es funktioniert. Lassen wir uns überraschen. Wir gucken mal jetzt, was er hier macht. Ja, selten dämlich. Hallo. Ja, mach mal Platz da. Ja. Wir sind also dabei zu ernten. Wir haben sogar noch einen Drescher in der Halle stehen. Ich muss mich aber jetzt erstmal um Feld 8 kümmern. Weil dieser Abfahrer hier... ...hat noch gar keinen Kurs. So. Das ist ein bisschen doof. Weil auf Feld 8, äh, Feld 9... ...nehm ich der Drescher voll. Und ich hab gar keinen Abfahrkurs. ...ein bisschen schade ist. Deshalb baue ich jetzt gleich mal eben ein. Aber erstmal tanken wir den ab. Damit der abfahren kann. Ähm, also wenn wir der Drescher weitermachen kann. So rum. So wird ein Schmiel raus. Der 900er Wario möchte baden gehen. Nein, warum das denn? Wo das denn? Gibt doch hier kaum Gräben. Wo will der denn jetzt noch baden gehen? Der selten dämlich. Na los. Punk. Das bringen wir auch alles zur Brauerei erstmal. Hier gibt es da irgendwas, was ich da abstellen kann. Ja, dann soll er ihn mal abtanken hier. Das will er ja hinkriegen. Oh. Ah, okay. Der kommt, der Abfahrer. Der fährt. Sehr schön. Können wir ihm jetzt mal einen vernünftigen Kurs verpassen? Nein. Wieso holt der denn jetzt schon wieder Gras Samen? Verdammte Axt. Da muss ich mal was machen. Da muss ich mal das Schneidwerk modifizieren. Ich hol auch keine Gras Samen. äh, laden. Das ist doch Bullshit. Gras Samen braucht doch kein Mensch. Kann man doch auch gleich irgendwo hier abladen, oder? Ja. 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 Frau Cross Play ist heute mal wieder nicht so zuverlässig, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hab. Nicht so schön. Ich kann hier erstmal das hier ausblenden. Ja, liegt bestimmt an mir, ich weiß. So, jetzt hat er Weizen. Jetzt kann er nämlich auch nichts anderes mehr holen. Jetzt kann ich ihn da vorne wieder hinfahren. Jetzt kann er nicht auf einmal anfangen, Grassamen zu ernten. Ja, die muss ich mal modifizieren, die Schneidwerke. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das hatte. Ich will mir deshalb aber auch keine anderen Schneidwerke kaufen, weil ich finde das mit dem Schneidwerkswagen finde ich schon ziemlich cool. Mit dem Integrieren. So, komm. Und ab dafür. Prost. Fahr. Und wir fahren uns mal einen Abfahrkurs zusammen. Das können wir nämlich für Feld 9 und Feld 12 zusammennehmen. Die Frage ist nur, fahren wir zum Hofsilo? Hier muss ich ja gucken. Ja, ich fahre zum Hofsilo. Gibt es da schon einen Kurs? 12, 13, 14, 9. Ja, machen wir uns mal einen schönen Rundkurs, und zwar Kursaufzeichnung beginnen. Jetzt nicht verkacken. Hier rum. Wir hoffen, dass es dann auch in Zukunft funktioniert. Und hier rum. So, hier ist eine der Neuerungen der 1.4er-Map, der 1.4er-Version. Hier links fehlt eine von den beiden Hallen, damit man mehr Platz hat, entweder um einen besseren Kurs einzufahren, oder um sich da selber was hinzubauen. Ich werde mir da ein modifiziertes Ballenlager hinbauen. Wie ich das mache, ja, mal gucken. Das weiß ich noch nicht so genau, das tüftel ich noch aus. Vielleicht schaffe ich das zum Wochenende, das fertig zu machen. Aber jetzt fahren wir erst mal zum Hof. Kippen hier schön alles ins Hofsilo rein. Dann kann ich mir nämlich von hier aus Verteilkurse bauen, beziehungsweise zur Brauerei habe ich schon einen Kurs. Und dann baue ich mir noch einen Kurs zur Mehlfabrik. Was weiß ich, wo wir es noch hin brauchen. So. Die Gung läuft. Entladen. Einmal schön Weizen ins Hofsilo. Und weiter geht's. Der Dodge steht da auch noch so ganz nutzlos rum. Ich weiß gar nicht, wie lange der da schon steht. Unfassbar. Da liegt eine Palette. Eine Palette mit Paletten, sozusagen. Feld 19 können wir uns eigentlich auch mal kaufen. Ich glaube, das würde uns ganz gut zu Gesicht stehen. Wie ist eigentlich mein Abfahrer auf Feld 4? Gut der wird es. Wow. 76% gefüllt. Komm mal hin. Ein Lexion steckt im Verkehr fest. Da muss ich gleich mal gucken. Und Feld 2 ist fertig scheinbar. Speichern. Feld 0,9. Hofsilo. Was wir jetzt auch gleich machen. Weil den Kurs können wir für beide verwenden. Deshalb speichere ich den gleich doppelt ab. Feld 12, Hofsilo. Feld 9, Hofsilo. Soll er suchen. Mal gucken. Was macht er jetzt? Paare hinter Drescher. Ja, so schlecht nie aus. Na los. Super. Das sieht gut aus. Er steckt im Verkehr fest. Ja, verständlich. Kein Wunder. Wenn er hier... Ja, 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 ja. Komm. Fahr doch einfach weiter. Abfahrer einstellen. Abtanken. Sehr schön. Okay. Okay. Feld 2 ist fertig. Abfahrer entlassen. Los. Tag. So, Feld 2 ist fertig. Wo sind wir denn jetzt? In welche Richtung fahren wir denn? Jetzt fahren wir mal zu Feld 1. Oh nein, auf Feld 1 eigentlich. Angesät. Auf Weizen, ne? Boah, der Wario geht mir mal auf den Keks, ey. So, ganz dezent. Feld 1, Treffen. So, wir werden sagen, wenn es mir jetzt Gras haben, dann tickt das hier gleich aus. Geht's? Ach, du Scheiße. Nein, alles gut. Okay. Gibt es denn hier keine... ...einstellung? ...einstellung? Wozu hin? Ach, der ist voll. Okay, er will abfahren. Ja gut, soll er machen. Ich glaube, hier früher auch nochmal was so mit, von wegen Fruchtumfahrung und so. Aber, naja. Gut, gibt's wohl nicht mehr. Hopfahrer entlassen. So, das können wir löschen. Geben wir jetzt eben selber zum Hof. Und kippen den aus. Und den vierten Drescher immer noch nicht im Einsatz. Das ist unglaublich. So, ich fahre jetzt mal in Gegensatz der Fahrtrichtung. Hier rauf. Das wird dann ja auch funktionieren mit der Waage, denke ich mal. Funktioniert. Na los, komm. Äh, fahren wir nochmal von Hand eben abtanken. Die erste Runde ist beim Feld 1 ja auch so ein bisschen tricky. Fahren wir hier durch. Der muss dann hier jetzt erstmal zusehen, dass ich abtanke, bevor hier die Bäume kommen. Da muss ich nur rechtzeitig stehen bleiben, damit er in sein Rohr wieder einfährt. Reinklappen. Und hier sagen wir mal Gerste. Hier können wir nämlich richtig geil die Produktion der Brauerei wieder in Gang bringen. Wir können richtig Geld verdienen, um uns neue Felder zu kaufen. so. Der läuft vorne. Äh, 1. Ja, schön. Läuft. Würde ich sagen. Ja, meine lieben Freunde, das soll's gewesen sein für diese Ausgabe. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn's euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir ein Kommentar. Ja, oder ähm, abonniert mich, wenn ihr morgen Freitag wieder einschaltet, zur nächsten Folge. Dann, äh, würde mich das natürlich noch viel mehr freuen, wenn wir uns da wieder sehen. Und, äh, ja, wir gucken mal, wir verkaufen jetzt dieses Schneidewerk. Und dann sehen wir mal, dass wir unten am Rinderhof das Feld ernten, was wir da haben. Damit wir dann da Stroh produzieren können. Jo, in diesem Sinne sag ich mal, tschau! Ja. Ja. Ja.